Moin Moin nach Rostock aus Hamburg. Hier ist Charlie Hübner. Ja, toll, dass Sie sich heute alle so zahlreich versammeln in Rostock, um Ihr Volkstheater in seinem jetzigen Bestand, künstlerischen Bestand zu erhalten. Dank an die Initiative Volkstheater, dass Sie so engagiert sich darum bemüht, dass auch wir Nicht-Rostocker ein Signal davon vernehmen. In dieser ganzen Debatte tauchen für mich so einige Fragen auf. Es ist natürlich klar, dass Politiker unserer Zeit, in Zeiten des Kapitalismus, darüber nachdenken müssen, wo sie Geld sparen. Und zwar müssen sie dort Geld sparen, wo kein Geld gemacht wird. Das sind meistens Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und Theater. Und Theater natürlich auch als erstes, weil es die letzten in der Reihe sind, von der angeblichen Wichtigkeit her. Warum sind Theater aber unserer Meinung nach so wichtig? Weil sie schon seit vielen, vielen Jahrhunderten der einzige Ort in unserer Gesellschaft geworden sind, wo Meinungsfreiheit, Meinungskampf, Meinungsaustausch, Aufklärung stattfinden. Das ist der einzige Ort, wo man sich hinsetzen kann miteinander und Argumente hin und her schieben kann, ohne dass einer erschossen wird mit einer Raketenabwehrknarre, wie das vor wenigen Wochen in Paris geschah. Und dieses Signal aus Paris ist aber sehr eindeutig, liebe Politiker, dass wir Meinungsfreiheit brauchen, dass wir auch für dieses Kulturgut nach wie vor kämpfen und einstehen müssen. Und in dem Moment, wo man anfängt, Kulturorte abzuschaffen, diese Kulturorte werden, solange es kapitalistische Gesellschaften gibt, nicht wiederkommen. Das sehen wir am Schiller Theater und an all den Fusionierungen, die es seit den 25 Jahren, seitdem die Mauer weg ist, gegeben hat in unserem Land. So, ich habe aber so ein paar Fragen. Für mich ist die Frage, warum im Moment so ein Zeitdruck auf dieser Debatte liegt. Warum die Politiker, sowohl der Kommunalpolitiker Oberbürgermeister Melting als auch der Landespolitiker Brotkopf, den Eindruck haben, sie müssen das jetzt ganz schnell durchboxen. Sie haben doch sich vor einigen Jahren, als die Geldknappheit auch schon klar war, für einen Intendanten Lachinian entschieden. Und sie haben ihm vor Jahren ein Vierspartentheater angeboten. Und er hat auf dieses Vierspartentheaterangebot sich eingelassen. Und er hat daraufhin mit ihm einen moralischen, künstlerischen und auch sicher finanziellen Vertrag gemacht. Und warum geben sie ihm jetzt, nachdem er noch nicht mal ein halbes Jahr im Amt ist und sein Amt hier führt, in Rostock, so viel Druck auf die Schulter und sagen sie, die Hälfte von dem, was wir dir vor ein paar Jahren noch angeboten haben, wo uns auch schon klar war, dass das eigentlich zu teuer ist, wollen wir jetzt doch abschaffen. Diese Frage taucht auf. Das fühlt sich an wie Verrat am Vertrag. Wie Richard Wagner die beiden Riesensagen lässt in Rheingold. Wagner, Rostock, auch eine schöne alte Geschichte. Verrat am Vertrag. Das will sich ja kein Politiker auf sich sitzen lassen. Und sieht natürlich, Herr Brotkopp und Herr Milting, Sie werden das sicher anders sehen, als ich das jetzt beschreibe, so populistisch. Aber es ist das am Ende. Es ist ein Verrat am Vertrag. Es ist natürlich für mich ganz privat auch die Frage, wie sich das in einer Vita liest, wenn ein Kulturminister, der ja eingesetzt wird, um Kultur zu fördern und Kultur zu regulieren, am Ende der Kulturminister sein wird, der Kultur abgeschafft hat, so wie es auch Hans-Peter Nordhoff seiner Zeit in den 90er Jahren in Frankfurt getan hat. Auch übrigens ein SPD-Politiker. Warum hat der Landesvater einen so jungen Mann mit dieser schweren Aufgabe betraut, frage ich mich auch. Herr Brotkopp, es klingt viel toller, wenn Sie als Kultusminister in die Geschichte eingehen, wie ein Hilmar Hoffmann in Frankfurt seiner Zeit, der Kultur aufgebaut hat, Kultur gefördert hat. Wettern Sie gegen Ihre Minister, Ihre Finanz- und Wirtschaftsminister. Verteidigen Sie Ihr Ressort und erweitern es mit Geldern, damit Mecklenburg, das auf Tourismus und Kultur dermaßen angewiesen ist, damit die Leute dort leben können, vernünftig leben können, dass dieses Ressort noch mehr Gelder bekommt. Und kürzen Sie nicht die Gelder. Und setzen Sie vor allem so eine große Stadt wie Rostock, die sich gerade seit 25 Jahren neu erfindet, nicht dermaßen unter Druck. Und das ist natürlich für ein Lebenswerk wie das von Herrn Melting, ist auch so eine Frage, die dann bei mir persönlich so oft noch viel schöner, wenn er nicht nur ein Theaterneubau geschaffen hat, sondern viel wichtiger, dass er das 120-jährige Theater in seiner gesamten Breite erhalten hat, trotz krasser finanzieller, finanzieller, Entschuldigung, Krisen. Das klingt beeindruckender. Am Ende stellt sich dann für mich nach all diesen Fragen, die einem so begegnen, wenn man dazu hört, ein Wunsch auf. Und zwar ist dieser Wunsch für mich sozusagen wirklich auf heute zu formulieren. Es wäre das Schönste, wenn die Politik und auch die Theaterkünstler ihre Waffen und ihre Argumente beiseite legen und man jetzt einfach die Theaterleute machen lässt. Und zwar in aller Ruhe. Dass man sie nicht zu einer Entscheidung drängt, die sie vorher nicht wussten und mit der sie hier auch nicht angetreten sind. Dass Herr Lachinian zeigen kann, was er vorhat in dieser Stadt mit Theater. Das kann man nicht innerhalb von sechs Monaten, Herr Melting. Das geht leider nicht. Das geht auch für Karin Bayer in Hamburg nicht. Theaterleute müssen sich mit einer Stadt verbinden. Und das ist ein langwieriger Prozess, der dauert eins bis drei Jahre. Wir erleben das gerade mit Hamburg, dass wir jetzt nach eineinhalb Jahren in der Stadt ganz langsam ankommen. Wir sind aber auch noch gar nicht da. Wir sind noch gar nicht verbunden. Und Rostock und Sivan Lachinians Theatervision müssen sich auch noch verbinden. Und geben Sie den Theaterleuten diese Zeit. Führen Sie nicht eine Debatte, für die er gar nicht angetreten ist. Das ist unfair. Und wenn man dann nach ein bis drei Jahren feststellt, man hat sich miteinander vertan, dann kann diese Debatte neu geführt werden mit anderen Leuten. Aber im Moment würde ich mir wünschen, alle kommen zur Ruhe, der Geist übernimmt das Zepter, die Herzen beruhigen sich, die Theaterleute zeigen, was sie vorhaben. Und die Politiker verteidigen ihre Stadt und ihre Kultur an jeweiligen Orten. Das wäre mein größter Wunsch. Denn diese Kultur brauchen wir. Wenn wir die selber abschaffen, haben wir irgendwann keinen Ort mehr und keine Kraft mehr, diese Kultur zu verteidigen. Und sie ist die einzige, die wir kennen, die Freiheit, Meinungsfreiheit und Aufklärung gebiert, generiert und erhält. Und in diesem Sinne wünsche ich für heute Good Fight, viel warme Getränke und lasst uns am Ende es schaffen, dass alle wieder ruhig miteinander reden, dass die Theaterleute machen können und dass die Politiker uns verstehen. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018